Rohrwolf aus Raul Tranchierers Mitteilungen für Ratlose Dummkopf Wer sich seines eigenen Wertes bewusst ist, wird nicht gekränkt sein, wenn ein anderer ihn einen Dummkopf nennt. Er wird freundlich sagen, dass das ein Irrtum sei und sich höchstens dafür interessieren, wie dieser Irrtum zustande kommen konnte. Von Aufregung wird keine Rede sein. Lebenszeit Die Lebenszeit ist die Zeit, die ein Mann während seines Lebens verbringt. Rach, unser Gewehrsmann, behauptet, er habe insgesamt 24 Jahre im Bett gelegen. Sobald er aufstand und bevor er sich hinlegte, hat er sich an- und ausgezogen. Dieses doppelte Geschäft, Haare kämmen und was sonst noch damit zusammenhängt, nicht gerechnet. Nahm ein Jahr und sechs Monate in Anspruch. Körperliche Bedürfnisse im engeren Sinne, sechs Jahre. Essen und die Notwendigkeit der Ausscheidung, zu der das Essen führt, neun Monate. Vertrauliche Mitteilungen, drei Jahre. Vergnügungen, weil das auch manchmal sein muss, das Bedürfnis etwa, sich zu unterhalten, hier und dort einen Blick auf etwas zu werfen, was man ja auch unterlassen könnte, etwa zwei Jahre. Schließlich die Zeit, in der nichts passiert ist. Tatsächlich nichts, sagt Rach. Ausgenommen vielleicht das Knöpfe öffnen und nicht einmal das. Dreißig Jahre. Dreißig Jahre lang nichts passiert, sagt Rach, nicht das Geringste. Und es habe den Anschein, als werde auch in der nächsten Zeit nicht das Geringste passieren. Das ist alles in allem ein niederschlagendes Ergebnis. Der Mops ist durch geistige Versinkung entstanden und kann sich begreiflicherweise durch sich selbst nicht erheben. Er erfasst den Menschen nicht und der Mensch nicht ihn.